Hallo und herzlich willkommen zu Silent Hill HD Kollektion. Ja, endlich ist es soweit. Endlich, endlich. Geben wir mal los. Wieso steht da nur Silent Hill 2? Ähm, egal. Wir wollten ja auch Silent Hill 2 spielen. Originalstimmen, neue Stimmen. Ähm, ich würde sagen mal, wir probieren neue Stimmen. Ach, bin ich gespannt. Es wird Blind übrigens installiert von Trophäen. Super. Kannst du ein bisschen? Danke. So, erst mal muss ich Optionen checken. Und checken mit Optionen. Musik, Laut, Soundeffekte, gut. Bildhähigkeit. Ja, okay, das lassen wir so. So, dann neues Game. Ähm, ähm, Born from a wish. Mother from a Silent Hill. Ähm, was nehmen wir denn da? Mains, ja, nehmen wir das obere. Oh Gott, was wollen die alles von mir wissen? Riddle Level? Easy, Beginner. Nein, normal, normal. Lassen wir beides auf normal. Ich habe nämlich keine Ahnung, was es von mir will. Keine Ahnung. Tapp, tapp, Fußstapp. Was ist das? Ach so, das bin ich. Denk ich mal. Kann ich schon was machen? Toll. Wir starten im Klo. Das ist ja schon mal sehr interessant. Ich habe den zweiten Teil noch nie gespielt. Noch nie. Keine Ahnung, was mich da überhaupt erwartet. Kann ich? Ah, jetzt. Uff. Uff. Wieso gehe ich rückwärts? Okay. Oh Gott, ich muss mir jetzt mal total an die Steuerung gewöhnen. Die ist ja bedür... Boah, heftig. Warum geht der so rückwärts? Okay. Erstmal alles checken, bevor wir hier rausgehen. Was macht er da? Hau mal. Komm, hau. Okay, so geht er so. Aber er haut nicht. Wie haut er denn? Ah, ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe keine Karte. Okay, so guck, mach mal eine Karte. Oh Gott. Wie öffnet man denn die Tür? Ich drücke mich verrückt. X möchte er nicht. Hallo? Kannst du bitte die Tür öffnen? Ja, die Tür da. Hallo, ich Xe. Äh, X? Ja, jetzt X geht doch gar nicht, oder? Was soll ich denn jetzt wieder? Irgendwie möchte die Tür nicht aufgehen. Vielleicht muss ich da auch gar nicht raus. Boah, diese... Oh Gott, ey, an der Steuerung werde ich noch krepieren oder so. Ich glaube, ich muss da gar nicht raus. Ha! Okay. Ich musste da gar nicht raus. Ich freundere mich schon. Nebel. Wo sind wir denn überhaupt? Wo sind wir? Wo sind wir denn? Oh. Silent Hill. Oh. Okay. Mary. Der Name meiner Frau. I cannot know what she does. Kann ich dir nicht sagen, tut mir leid. Wie heißt du überhaupt? Ich weiß nicht, wie du heißt. Hat er überhaupt seinen Namen schon gesagt? Nicht, dass ich wusste. Achso, jetzt bin ich wieder dran. Mann ey, kann der auch laufen? Obwohl, jetzt sind wir ja dran. Ah, ah, ja, ja, er kann laufen. Lass mal mit dem Auto fahren, kann man das? Oh, ne Karte. Das ist schön. Ja, nehmen. Danke. Okay, aber mit dem Auto willst du nicht fahren? Willst du nicht mit dem Auto fahren? Ja, anscheinend möchte er nicht. Sonst gibt es hier nichts. Och man, ich wollte mit dem Auto fahren. Okay, dann fahren wir. Ja, wo wollen wir überhaupt hin? Hat er ein Kreis da vielleicht gemacht? Mal schauen. Ähm, was? Okay, und wo sind wir? Ich sehe mich gar nicht. Ach da. Okay, wo gehen wir denn hin? Ja, wir gehen nach gut Gefühl einfach mal. In die Stadt rein. Ich weiß noch immer noch nicht, wie man kämpft. Ist ja scheißegal. Wo ist das? Hallo Lieferwagen. Hast du was für mich? Gott, die Steuerung. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Wie, der ist aus der Puste von diesem bisschen Rennen oder was? Da steht in Toluca Lake. Wann wollen wir da hin? Ja, wollen wir hin. Keine Ahnung. Oh, die Fußstaben sind ja lustig. Ist ja ein lustiger Ladebittschirm. Taps, taps, taps. Hallo? Hier geht's nicht runter? Okay. Gott. Ich weiß nicht mal, ob sich überhaupt was verändert hat zum anderen Teil, also Part, also... Ja. Zu dem halt, zu dem normalen Playstation Spiel. Ob da wirklich jetzt was HD geworden ist oder nicht. Ich kann euch leider nichts sagen. Oh Gott. Hä? Mann, ich weiß noch nicht, wie man kämpft, Junge. Und da kamen schon irgendwie... Träusche. Jetzt muss ich aber langsam mal lernen, wie man kämpft. Ich glaub, sonst bin ich langsam mal am... Ah, jetzt ändert sich... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. La, la, la. Scheiß Nebel, ich seh überhaupt gar nichts. Und ich bin nicht... Ich hab nicht meine Waffe. Ich hab gar nichts. Und ich lauf hier einfach wie Suppe rum. Und die Geräusche waren nicht gerade sehr lustig. Ich überquatsch die Geräusche einfach, indem ich schnell rede. La, da, dam, dam, dam. Schneller. Ich weiß nichts. Aber der Weg ist cool. Man kann nicht in den Wald laufen. Man muss wirklich... Ich möchte jetzt nicht wissen, was da im Wald ist. Ich möchte jetzt nicht wissen. Bitte bleib da, wo du bist. Oh nein, die Sicht gefällt mir gar nicht. Und man bestimmt greift mich gleich was an. Und ich hänge da mal. Drücke alle Tasten. Und der Typ macht einfach nur... Oh Gott. Ein Brunnen. Oh ne, ein Brunnen ist auch schrecklich. Wie... Oh, der ist aber... Da ist etwas im Brunnen. Was ist das? Wenn ich mir das ansehe, ist das als würde jemand an meinen Schädel herumtasten. Das gibt mir ein sonderbares Gefühl. Hä? Ah, das ist ein Speicherort. Okay. Sehr interessant. Aber wie kämpft man? Warum weiß ich das nicht? Oh oh. Oh Gott, ich krieg gleich ein Herz. Fuck dir. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier aus? Ah ne. Wie wechselt man denn dahin? Bin ich jetzt dämlich? Ach so. Aha. Status. Brunnen. Grün. Also. Befehle verwenden, prüfen. Okay. Notizen, Karte, Option. Ich wollte mal kurz Option rein. Tastenbelegung. Kämpfen. Kämpfen. Ihr müsst kämpfen. Da kommt bestimmt gleich was. Mal sehen. Überspringen. Pause. Schritt nach rechts sichern. Action. Ja, das drücke ich ja und dauern. Licht? Licht habe ich nicht. Bewegendrehen. Ähm. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt kein... Ich finde kein Kämpfen. Hier gibt's kein Kämpfen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Hier gibt's kein... Oh nee, ey. Okay. Oder man kann nur kämpfen, wenn man eine Waffe hat. Oh Gott. Oh nee. Ich weiß schon, warum so ein Speicherpunkt da war. Bestimmt springt mich jetzt was an und ich muss rennen wie die Suppe. Wo sind wir denn jetzt? Kamera. Kamera. Danke. Ach so. Oh Gott. Nee, so finde ich die Ansicht aber voll scheiße. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich hinrenne. Und der Nebel. Guck dir mal den an, wie der zieht. Voll gruselig. Oh Gott, ey. Nee ey, dreh dich doch bitte Kamera. Ich möchte nicht sehen, was hinter mir ist. Gräber. Nein, wir sind im Friedhof. Nein. Da. Da ist irgendwas. Kannst du das bitte nehmen? Das sieht aus wie Bretter. Nehm. Der möchte das nicht nehmen. Fuck. Was ist denn jetzt? Ach so. Katzi. Wer bist du? Was tust du so ein Brito? Die sieht aber komisch aus. Du bist? Ja, fall. Fertig. Ja. cer Grade. Ja lust. Pull off. Pffft. Ja, losst. Ja lust. Ja lust. Pull off. Ja. Pas nicht vor. Practicicum konnte. Ist das richtig? Ja. Dann. Jaridiger. Es leer. Ne Dében. Ja, danke. Nee, das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Ja! Es ist nicht nur die Flüge, es ist... Okay, ich verstehe. Ich werde dich vorsichtig. Ich bin nicht lieb. Nein, ich glaube dir. Es ist nur... Ich glaube, ich wirklich nicht interessiere, ob es gefährlich ist oder nicht. Ich gehe in die Stadt, in der Fall. Aber warum? Ich schaue jemanden. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Es ist sehr wichtig für mich. Ich mache alles, wenn ich mit ihr wiederum bin. Ich auch. Ich schaue meine Mutter. Ich meine meine Mutter. Es ist so lange, seit ich sie gesehen habe. Ich habe mir gedacht, dass mein Vater und Bruder hier sind, aber ich kann sie auch nicht finden finden. Ich bin sorry. Es ist nicht dein Problem. Ich hoffe, dass ihr sie finden könnt. Ja. Ja. Ja, ich auch. Okay. Wie war es denn jetzt überhaupt hingezeigt? Eben sah es ein bisschen anders aus. Aber jetzt sieht es schon wieder suppig aus. Mädel, wo geht es nochmal lang? Hallo? Hallo? Möchtest du nochmal reden? Ja, dann gehen wir wieder. Er scheint ja wohl in die Richtung. Gehen wir mal sehen. Uff. Der Weg sieht nicht schön aus. Ich möchte gerne eine Waffe finden. Das würde mich ein bisschen beruhigen. Aber so in der Suppe oder in der Lampe. Guckt euch die Suppe. Man sieht gar nichts. Hier ist ein Haus. Genau, das habe ich eben ja noch gesehen. Das habe ich ja... Ähm. Da kann man nicht rein. Das ist jetzt... Das ist doch nicht wahr. Ich möchte da rein. Da möchte er aber nicht rein anscheinend. Kannst du nicht hier irgendwas mitnehmen? So ein paar Bretterchen oder so? Bin ich da gekommen? Blöde Frage jetzt aber. Bin ich von da gekommen? Nö. Okay. Komm, jetzt komm. Keine Fußspuren. Oh Mann. Hallo? Oh Gott, ey. Kriegt gleich einen Nervenzusammenbruch hier. Na? Das ist mich zu Tode. Warum rennst du gegen die Hecke, du Vollpfosten, Mann? Bin so... Ich schmeiß den Joystick bei der S. Ich glaube, ich werde verfolgt. Mann, ist er. Ein Auto, das beruhigt mich. Hallo? Bitte Waffen. Waffen. Das kann man schon wieder nichts machen mit. Ah. Warum steht hier ein Auto? Und warum sehe ich nichts? Ein Baum. Bäume sind nicht gut. Oh Gott. Ich finde aber, irgendwie ist er das nicht. Silent Hill Ranch. Oh Mann, ey. Warum willst du hier nochmal hin? Wegen Mary. Das ist schon wieder ein Auto. Jetzt aber. Komm schon, Auto. Du musst mir was geben. Das möchte mir auch nichts geben. Warum möchte mir hier nichts geben? Oh, der atmet aber schwer. Dabei sind wir doch gar nicht richtig viel gelaufen. Nicht, dass ich nur die Lauftaste gedrückt halte. Oh. 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 Irgendwie passiert hier auch gar nichts. Anjumpen würde. Ich glaube. Ach. Endlich mal was anderes. Ein Zaun. Geh mir den Zaun längs. Ich glaube, da war eine Waffe drin. Ne, doch nicht. Komm schon. Geh hier irgendwo rein. Was steht da? Keep out. Ne, ja. Danger. Ich komm da rein. Ah, da ist auch noch. Hier wird doch mal irgendwo... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Genau. Ah, okay. Wir kommen langsam näher. Aber er hat ja den Park da voll unterstrichen. Ich denke mal, dass wir da hin müssen. Ach, geh ich schon? Toll, ich geh, obwohl ich noch nichts sehe. Eigentlich renne ich. Oh Gott, da möchte ich nicht rein. Das sieht scheiße da drin aus. Oh, das sieht wirklich scheiße hier drin aus. Aber... Uah. Das ist nicht...